Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich möchte heute über Routine sprechen. Ja, wenn wir Menschen einen routinierten Hund haben möchten, dann müssen wir ihm erst mal zeigen, was Routine bedeutet. Und Routine bekommen wir dann, wenn wir Dinge wiederholen. Wenn wir also beispielsweise Stress mit unserem Hund bei der Laienbegegnung haben, ein Klassiker, ihr kennt das sicherlich, dann brauchen wir viele Laienbegegnungen, um routinierter mit dieser Situation umzugehen. Wie schafft man es also, routinierter zu werden und wie bekommt man den Hund dahin, dass er sich dieser Routine anpasst? Wiederholungen. Wir brauchen Wiederholungen. Das ist mit allem so. Ob das bei einem neuen Gericht kochen ist, umso häufiger man es kocht, umso routinierter wird man. Wenn man einen neuen Sport ausprobiert, umso häufiger man dahin geht, umso routinierter wird man. Und auch wenn man mit seinem Hund unterwegs ist und in bestimmten Situationen Stress hat, Angst hat, vielleicht sogar Panik hat vor manchen Situationen. Brauchen wir die Übung. Und die Übung macht uns routinierter. Und glaubt's mir, ich weiß genau, wovon ich spreche. Wenn ich an meine Zeit vor ungefähr 13 Jahren denke, als ich an einem Burnout erkrankt bin, brauchte ich ganz viele routinierte Abläufe, um wieder in den Alltag zurückzukehren. Ich hatte Probleme damit, in den Supermarkt zu gehen. Was habe ich gemacht? Ich bin immer wieder in den Supermarkt gegangen. Immer und immer und immer wieder. Dadurch bekam ich wieder mehr Routine mit den Abläufen. An die Kasse gehen, warten, Leute vorlassen, Enge, Nähe. Das kann man lernen. Und dann wird man routinierter. Und auch ein Hund, der mit euch unterwegs ist, kann Routine aufbauen, wenn ihr sie ihm vorlebt. Glaubt mir, ihr braucht Zeit. Und in dieser Zeit könnt ihr diese Wiederholungen zu einer Routine machen. Ihr müsst euch damit keinen Stress machen. Ihr müsst das einfach als so einen Prozess ansehen. Und in diesem Prozess der Wiederholungen werdet ihr irgendwann immer routinierter. Immer souveräner. Ihr schafft es dann, gemeinsam mit eurem Hund durch alle Situationen zu gehen. Glaubt es mir. Der Kopf spielt häufig verrückt. Das ist unser Hausmeister. Er bestimmt uns die ganze Zeit, was wir zu tun und zu denken haben. Und aus jedem Gedanken wird ja ein Gefühl. Wenn wir also schon vor dem Spaziergang eine Routine der Unsicherheit aufbauen in unserem Kopf, heißt wir sagen uns, wenn ich jetzt spazieren gehe, dann beginnt jetzt schon der Stress im Flur, wenn ich mir die Jacke anziehe. Wenn ich schon daran denke, dass ich eine stressige Line begegnen oder einen stressigen Spaziergang habe, dann mache ich dieses Problem in meinem Kopf schon zum festen Bestandteil eines Spaziergangs, der noch gar nicht stattgefunden hat. Geht routinierter damit um. Macht euch eure Abläufe, macht euch ganz bestimmte Strukturen auch, wenn ihr schon losgeht, wenn ihr euch die Jacke anzieht. Macht euch wirklich, gebt euch so kleine Hilfsstellungen an die Hand, indem ihr euch sagt, ey super, ich freue mich total auf den Spaziergang. Auch wenn eure innere Stimme vielleicht sagt, boah das gibt jetzt bestimmt wieder totalen Stress. Spätestens wenn du hinten an der Meierstraße vorbeikommst und da ist wieder der Rex hinterm Zaun oder der Pluto oder der, ja wie sie sonst auch alle heißen. Macht euch nicht verrückt. Sucht die Begegnungen. Ihr könnt nur souveräner werden und nur eure Routine besser aufbauen, wenn ihr Wiederholungen einbaut. Also sucht euch bitte Momente und Augenblicke, wo ihr lernen könnt. Und wenn ihr lernen könnt, werdet ihr auch souveräner. Lasst euch Zeit, es hetzt euch keiner. Außer ihr selbst. Und wenn mal etwas nicht so gut klappt, meine Güte, es gibt Schlimmeres, oder? Verurteilt euch bitte nicht. Geht ins Verständnis mit euch. Habt Geduld mit euch. Lobt euch auch mal und habt euch wieder ein bisschen mehr lieb. Ich finde, es wird an der Zeit, dass wir uns selber wieder ein bisschen mehr lieb haben, oder? Also, um Routine aufzubauen, brauchen wir Wiederholungen. Und in diesem Prozess der Wiederholungen lernen wir souveräner und routinierter zu werden. Und das überträgt sich automatisch auf euren Hund. Und habt ihr jetzt Lust, spazieren zu gehen? Mit einem neuen Ritual? Hey, ich habe totalen Bock auf diese Laienbegegnung, auch wenn ich weiß, dass sie mehr Stress macht. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und auch beim nächsten Video dabei seid. Macht's gut, ihr Lieben. Bis bald. Bis bald.